1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 5678 111 Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111 1Live Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich möchte mein Leben ändern. Wer von euch ist in einer Situation, in der oder über die ihr sagt, es muss etwas geschehen, ich muss mein Leben ändern. Ich weiß vielleicht nicht genau wie, aber irgendetwas muss passieren, sonst komme ich nicht weiter und sonst geht es so auch nicht weiter. Wenn ihr mir davon, von dieser Situation, vielleicht von diesen Problemen, in denen ihr steckt, vielleicht in der Zwickmühle, in der ihr steckt, wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist die Roswitha. Und Roswitha ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Roswitha. Du hast zu dem Thema angerufen, ich möchte mein Leben ändern. Was ist los bei dir? Also folgendes. Mein Mann hatte vor vier Jahren Krebs diagnostiziert bekommen. Und wir leben ja jetzt schon eine Weile mit dieser Diagnose. Und er hat ja schon mehrere Therapien. Aber jetzt in den letzten Monaten ist es ihm so schlecht gegangen, dass es eben sein kann, dass er bald stirbt. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was für eine Krebserkrankung ist das bei ihm? Knochenkrebs. Ja. Und er hat ihm mittlerweile auch schon ein paar Mal in der Lunge Tochtergeschwülste. Und die konnten bis jetzt immer operiert werden, nur dieses Mal jetzt eben nicht. Und er bekam Bestrahlung. Und das ist jetzt auch schon abgeschlossen. Aber es sieht eben nicht sehr gut aus. Und mittlerweile geht es ihm so schlecht, dass er starke Atemnot hat. Und ja, man weiß nicht, wie lange er noch leben wird. Kann man denn therapeutisch im Moment überhaupt noch etwas tun? Im Moment ja, bekam er Bestrahlung. Die ist jetzt abgeschlossen. Jetzt muss man warten, ob sie wirkt. Und ich meine, auf so etwas warten ist fast unmöglich. Also ich komme nicht damit zurecht im Moment. Wie lebt? Ist dein Mann bei dir zu Hause? Er ist bei mir zu Hause, ja. Du kümmerst dich um ihn. Ja, ich pflege ihn, ja. Wie pflegebedürftig ist er denn zurzeit? Also im Moment geht es ihm ein bisschen besser. Also er hat nur noch ein Bein. Jetzt hat er durch die Krebserkrankung verloren. Also er geht an Krücken. Braucht also von dem her schon viel Hilfe. Und durch die Atemnot sehr viel Hilfe einfach, weil jede Anstrengung, jedes Gen ist für ihn so anstrengend, dass er einfach Unterstützung braucht. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 27. 27 Jahre erst alt. Vor vier Jahren fing es an, sagst du? Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Keine Kinder? Nein. Bist du nebenher, neben dieser Pflegearbeit, die ja nun wirklich auch sicher sehr belastend ist und aufreibend, auch berufstätig noch? Nicht mehr. Ich bin von Beruf Krankenschwester. Und ich habe es eine Weile gemacht, eben noch, als er auch krank war. Aber jetzt, es geht nicht mehr. Ich musste es aufgeben. Ich konnte nicht in der Arbeit mit kranken Leuten zu tun haben, eben auch mit Krebspatienten. Und jetzt zu Hause auch ständig mit diesem Thema konfrontiert zu sein. Es war zu viel für mich. Frau Svita, nun heißt ja unser Thema heute Abend, ich möchte mein Leben ändern. Habe ich das ja so richtig verstanden, dass die Belastung so groß ist im Moment, obwohl er dich vielleicht im Moment dringender braucht denn je, dass du sagst, ich glaube, ich kann nicht mehr. Ja, meine Kraft ist zu Ende. Es ist irgendwie, es kostet alles so viel Kraft. Im Moment sehe ich keinen Weg, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Freude mehr am Leben, weil wenn du einen Partner neben dir hast, der so schwer krank ist, dass er vielleicht an dieser Krankheit sterben muss, dann... Gibt es solche Gedanken bei dir, dass du dich dabei ertappst, wofür du vielleicht ein schlechtes Gewissen hast? Aber ich frage dich ganz offen und ich bitte dich auch offen zu antworten. Gibt es solche Gedanken, dass du dir überlegst, ganz von ihm wegzugehen? Ja, diese Gedanken gibt es. Und zwar aus dem Grund, er hat sich sehr verändert durch die Krankheit. Es ist verständlich, dass er sich verändert. Aber was mein Problem mit ihm im Moment ist, er kann und will darüber nicht reden. Er sagt, er kann nicht über das Sterben reden, weil dann meint er, er stirbt schon. Also ihr redet nicht über, redet ihr denn überhaupt über seine Krankheit oder ist das auch tabu? Es ist eigentlich tabu. Ich meine, manchmal müssen wir darüber reden. Aber das sind sehr wenige Momente, wo er will und ich weiß, was er nicht will, also probiere ich es auch nicht mehr. Und es gab auch noch nie ein ernsthaftes Gespräch über die Eventualität, dass er vielleicht stirbt. Es gab Ansätze, aber er hat mal gesagt, er hat das Gefühl, wenn er eben anfängt, über das Sterben zu reden, dann passiert es schon. Und ich meine, irgendwo kann ich es verstehen, aber... Aber irgendwo stelle ich mir dann eure häusliche Situation auch vor als äußerst angespannt. Ja, sehr angespannt. Also ich kann im Moment eigentlich nicht mit ihm reden, weil über das, was mich bewegt im Moment, will er nicht reden und kann er nicht, sagt er. Und über alles andere, es interessiert mich im Moment wenig, weil das einfach mein Hauptthema ist. Will er denn überhaupt über irgendetwas anderes noch reden, über was profan ist, über Sport oder irgendwelche alltäglichen Dinge? Ja, er zeichnet und über das will er gern mit mir reden. Weiß er denn eigentlich, wie es dir zumute ist, wie du dich fühlst, wie es in dir aussieht? Eigentlich nicht so. Ich meine... Und du hast auch Angst, ihm das zu sagen, weil er dann das direkt wieder abbügelt. Genau, weil ich meine, ich müsste ja dann über das reden, was mich bewegt. Genau, das will er ja nicht hören. Und dich bewegt eben sein Zustand und seine Krankheit und eventuell sein Tod. Also redet man automatisch dann wieder über ihn. Genau. So ist es dann. Ja. Und ich komme im Moment von dem Thema nicht los, denn es geht einfach sehr tief. Ich meine, es kann sein, dass er bald stirbt. Und wie kann ich denn das jetzt verdrängen? Ich will es eigentlich auch gar nicht verdrängen, weil ich mir denke, das ist ein Teil meines Lebens im Moment und im Moment der wichtigste. Roswitha, du bist Krankenschwester, du kannst das noch viel besser einschätzen als ein normaler Mensch. Ja. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht mehr lange überleben wird? Gut, das kann ich nicht genau sagen. Ich hatte noch nie vor einen Patienten mit seiner Erkrankung. Aber ich hatte Krebspatienten, aber nicht mit Knochenkrebs. Aber du redest doch sicher auch mit den Ärzten und mit seinen Ärzten. Ja, aber Ärzte sind sehr vorsichtig in ihren Aussagen. Ich meine, ich habe schon mal einen Arzt gefragt, was er denn meinem Mann für Schaden gibt. Oder denkt er denn, dass mein Mann bald sterben muss? Dann hat er gesagt, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, schön, es ist nicht von der Hand zu weisen. Aber im Moment geht es mir so, ich habe im Moment keine Hoffnung. Hast du denn im Moment überhaupt irgendeinen anderen Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst? Ein oder zwei Freunde, die ich ja ab und zu anrufe. Ich kann zur Zeit nicht zu ihnen fahren, denn mein Mann braucht mich einfach sehr viel. Du bist den ganzen Tag letztendlich für deinen Mann da. Genau. Und kannst auch nicht mal einmal einen Abend woanders verbringen. Das geht nicht. Nur wenn ich jemanden finde, der in der Zeit für meinen Mann da ist. Und das ist schwer. Das heißt, so viel Gespräch ist gar nicht möglich. Nein. Zwischen dir und jemand anderem, zwischen dir und dem Freund. Nein. Würdest du sagen, dass die Liebe auch sehr gelitten hat unter diesem Zustand, unter der Belastung zu deinem Mann? Ja, sehr. Weil, also ich führe das da drauf zurück, dass wir kaum noch miteinander reden. Und ich mir nur vermuten kann, was denkt er sich, wie geht es ihm, wenn er mit mir nicht darüber spricht. Kann ich wirklich nur Vermutungen anstellen, ja, wie schaut es in ihm aus. Und wenn ich das nicht weiß von einem Menschen, er wird mir fremd. Wenn du ihn verlassen würdest, jetzt, in der jetzigen Lage, wäre das wahrscheinlich für ihn eine Totalkatastrophe, ne? Genau. Dadurch bist du in einer unendlichen Zwickmühle. Was du auch tust, ist eigentlich falsch. Genau. Also ich, eigentlich will ich ihn nicht verlassen. Aber die Situation ist für mich im Moment so schwer, dass ich eben darüber nachdenke. Weil, was habe ich im Moment noch vom Leben? Ich bin nur für ihn da und für mich. Wie lange seid ihr verheiratet? Ein gutes halbes Jahr. Ach, so frisch erst. Ja. Das heißt, ihr habt geheiratet, als er schon sehr schwer krank war. Ja. Warum habt ihr geheiratet? Es liegt zum Teil daran, dass, wenn man nicht verheiratet ist und quasi nur die Lebensgefährtin oder Freundin eines Patienten ist, bekommt man manchmal sehr schlecht Auskunft und wird immer eher ein bisschen abgespeist. Und das war schon ein großer Hauptgrund für uns. Also, waren das so ganz pragmatische Gründe, die euch dazu geführt haben? Ja. Wie lange kennt ihr euch denn überhaupt? Sechs Jahre. Sechs Jahre. War es denn mal eine sehr große und innige Liebe? Ja, war es schon. Ich wollte mit diesem Mann eigentlich mein Leben verbringen und wir wollten auch Kinder. Weißt du was, Vita, wenn du das so erzählst, ist das, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, in welcher Situation du bist und in welcher Bedrückung du dich befindest. Welche Last, auf die er ruht zur Zeit. Andererseits glaube ich ja, dass man, auch wenn solche sehr großen Komplikationen entstanden sind, vielleicht doch zu diesem Menschen, wenn es denn die letzten Monate vielleicht sind, die er noch zu leben hat, dass man zu dem stehen sollte. Aber weißt du, lass mich noch einen Satz sagen. Ich will dir um Gottes Willen kein schlechtes Gewissen oder dir noch mehr Druck machen. Weißt du, was mir aufgefallen ist gerade in dem Gespräch? Dass du keine Menschen hast, wo du ein Ventil mal öffnen kannst. Und vielleicht wäre das ja eine Kompromisslösung, dass du ihn begleiten kannst in seinen allerschwersten Stunden, die vielleicht jetzt vor ihm liegen. Aber du brauchst auch beständig einen Menschen, der sich um dich kümmert. Und wenn es ein professioneller Mensch ist, der sich um dich kümmert. Das kannst du nicht alleine so schaffen, Roswitha. Ich weiß. Nur jemanden zu finden, der einem dabei hilft und der vielleicht immer, wenn ich ihn ganz dringend brauche, auch für mich verfügbar ist, ist fast unmöglich, denke ich mir. Weil ich habe manchmal jetzt einfach sehr, sehr verzweifelte Momente, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und genau in dem Moment bräuchte ich dann jemanden, um über alles zu reden, um meine Trauer, meine Wut, alles, was ich fühle in dem Moment. Aber vielleicht, ja, ich verstehe, vielleicht wäre es aber ein Anfang, wenn, deshalb möchte ich dir unbedingt gleich ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Petra anbieten. Dass sie dir vielleicht ein paar Ratschläge gibt, wie man das einfädelt, wie man das organisiert. Dass du zumindest einen festen psychologischen Ansprechpartner in deiner Umgebung, in deinem Stadtteil oder deinem Dorf, deinem Ort, wo immer du auch lebst, hast. Der ist vielleicht nicht zu jeder Stunde dann für dich da. Aber du weißt, da ist einer und da kann ich auch ganz offen mit reden. Da kann ich anrufen, vielleicht kann man das telefonisch auch machen, dann brauchst du nicht aus dem Haus zu gehen. Dass da irgendwie ein kleiner Weg gefunden wird, dass du zumindest so ein klein wenig dich auch mal entlasten kannst und dass du sprechen kannst. Ich glaube, das ist der allererste wichtige Schritt. Ja. Ich möchte gerne dir das jetzt anbieten, Rosita, wie gerade gesagt, dass du mit der Petra redest. Gerne. Das geht so, du legst auf und die Via, das heißt die Petra ruft dich gleich an. Okay. Und ich wünsche alles Gute und wünsche alle Kraft dieser Welt für dich. Danke, das kann ich brauchen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Rosita. Mein Thema heute Nacht, heute Abend, heißt, ich möchte mein Leben ändern. Seid ihr vielleicht zur Zeit in einer Situation, von der ihr sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte etwas verändern, ich muss etwas verändern, aber ich weiß nicht so recht, wie ich es machen soll oder was ich tun soll. Ich sitze in einer Zwickmühle oder wie ich es mache, mache ich es falsch. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an, freie, kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Sabrina ist dran. Sabrina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sabrina, hallo. Hallo. Ja, also mein Thema ist, ich habe im Juni 1999 meinen Sohn und meinen Lebenspartner verloren. Und ich kann die Trauer halt einfach nicht bewältigen. Was ist da passiert, Sabrina, voriges Jahr? Und ein Autounfall. Und keiner kann mir aber sagen, wodurch dieser Unfall passiert ist. Die beiden waren allein im Auto? Ja, wir hatten, mein Sohn war sehr unruhig und hat viel geschrien und war nur beim Autofahren eigentlich friedlich. Und dann habe ich meinen Lebenspartner gebeten, ihn mit einkaufen zu nehmen und hat mich selber ins Bett gelegt und eine Stunde geschlafen. Und ich bin dann abends um acht oder so von der Klingel geweckt worden. Und dann stand halt einfach die Polizei vor der Tür und hat mir gesagt, dass sie tödlich verunglückt wären. Und wie ist der Unfall passiert? Man kann den Unfall nicht rekonstruieren. Es war eine gerade Strecke und das Auto lag verkehrt rum im Graben. Also hat es sich überschlagen. Und keiner kann sagen, wodurch dieser Unfall passiert ist. Es gibt keinen Unfallgegner. Es war niemand in den Unfall mitverwickelt? Nee. Überhöhte Geschwindigkeit? Weiß man das? Könnte man das nachvollziehen irgendwie? Liegt in Vermutung mit, aber es ist nicht hundertprozentig zu sagen. Es wurde auch vermutet so, dass ein Tier über die Straße gelaufen ist und versucht hat auszuweichen. Hundertprozentig gibt es nichts zu sagen. Also klingt ja sehr mysteriös. Ja. Wie alt war dein Sohn? Elf Monate. Elf Monate. War das euer Sohn? Ja. Der Sohn von dir und deinem Freund? Ja. Wie alt war dein Freund? 23. Sind die beiden direkt am Unfallort verstorben? Ja. Als du die Tür aufgemacht hast und die Polizisten dir das gesagt haben, kann man das wahrnehmen? Kann man das verstehen im ersten Moment? Nein. Nein. Ich habe das nicht wahrhaben wollen. Oder ich habe es auch, glaube ich, gar nicht registriert, was die mir gesagt haben. Ich habe die nur stehen sehen und die haben mir was gesagt. Und was dann erst mal passiert ist, weiß ich gar nicht. Ich kann das gar nicht so sagen, was ich in dem Moment gemacht habe, als die mir das sagten. Das war abends um 8 Uhr, sagst du, ne? Als die geklingelt haben bei dir? Ja. Wie hast du dann den Abend verbracht? Was hast du getan? Ich habe erst mal nur geweint und dann hat mich mein Vater abgeholt und mit nach Hause zu uns nach Hause genommen. Das war, sagst du, im Juni 1999. Mhm. Jetzt haben wir Januar 2001. Das ist noch nicht lange her, wenn man so einen schweren Verlust zu erleiden hat. Gab es denn in dieser Zeit sehr große, hochs und tief in den Trauerphasen, also sehr heftige Trauerphasen und auch Zeiten, wo du dachtest, ich kriege es irgendwie hin? Oder war es gleichbleibend schrecklich? Oder ist es sogar immer schlimmer geworden? Als ich noch in der Ausbildung war und jeden Tag arbeiten war und von morgens bis nachmittags spät arbeiten war, da ging das. Da war ich damit beschäftigt, musste ja noch meine Prüfungsarbeit vorbereiten und war also fast immer beschäftigt und bin dann abends einfach nur noch todmüde ins Bett gefallen. Die Zeit ging, jetzt wo ich den festen Job habe und auch viel Zeit zum Nachdenken und so bleibt, wird das immer schlimmer und kommt immer mehr raus. Also dann merke ich auf der Arbeit und dann da sitze und dachte, boah, du kannst jetzt überhaupt nicht mehr am liebsten, wird es jetzt einfach irgendwo hingehen und kann es alleine sein. Seit wann hast du diesen festen Job? Seit dem 1. September. Also es hört sich so, als hättest du die erste Zeit durch deine Aktivitäten die Trauer und alles, was in deinem Herzen vorgeht, so unter Verschluss gehalten, dass das gar nicht hoch und raus kommen konnte. Nee, du bist auch der Erste, sag ich mal, wo ich jetzt da ganz offen drüber rede. Wie kommt das? Du hast doch deinen Vater in den Eltern noch? Ist das so? Ja, aber die verdrängen das genauso. Das ist kein Thema, wo man abends mal drüber reden kann oder in freier Minute mal drüber reden kann. Lebst du heute auch noch in der Wohnung, in der ihr damals gewohnt habt? Nein, da bin ich kurze Zeit nachher ausgezogen. Ich wohne seitdem wieder bei meinen Eltern zu Hause. Hast du dich von den Sachen getrennt, von deinem Kind und deinem Freund oder hast du die mitgenommen? Es gibt Sachen, die sind in Kisten auf dem Speicher und es gibt da so das eine, das erste Stofftier von meinem Sohn, was ich immer bei mir habe und geht auch überall mit hin. Das ist fester Bestandteil meiner Tasche. Ja. Du wohnst bei deinen Eltern, sagst du? Mhm. Und es ist nie das Gespräch bei euch zu Hause über das Unglück? Nein, nie. Es wurden alle Fotos abgehangen. Es ist so, als wenn sie gar nicht existiert hätten. Kannst du dir das erklären, warum ihr da nicht drüber sprecht? Nee, das ist eine Sache, wo ich auch verstehe nicht, das gehört zu mir dazu. Mhm. Und ich verstehe meine Eltern da nicht so, warum. Wie ist denn dein Verhältnis zu den Eltern? Mein Zimmer, das ist zu meiner Mutter ziemlich chaotisch und sehr viel Berg- und Talbahn und mal geht es und mal sind wir Todfeind. Und zum Vater? Da komme ich eigentlich super mit zurecht. Der macht halt jetzt auch noch zwei Schulen und einen Job nebenbei und Schichtdienst, da so wenig Zeit mal zu reden. Hast du denn bei deinem Vater, bleiben wir mal bei dem Beispiel Vater, weil du ein gutes Weltes zu ihm hast, hast du bei ihm denn schon mal so den Ansatz unternommen, über das Thema zu sprechen oder auch noch gar nicht? Nee, gar nicht, weil er halt so viele Belastungen auf einmal im Moment hat. Mhm. Deshalb wollte ich, weil ich meinen Vater über alles liebe, da nicht auch noch mit ankommen. Weißt du, dass ich glaube, Sabrina, dass das eine falsche Rücksichtnahme ist und wenn dein Papa das jetzt hören würde, würde er wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Vielleicht hat er von sich aus auch noch gar nichts gesagt, weil er Angst hat, damit nicht richtig umgehen zu können. Und so haben beide Leute Angst und nehmen Rücksicht aufeinander, dass er vielleicht auch Angst hat, dir weh zu tun, wenn er es anspricht. Und ihr macht genau das Falscheste, was man machen kann in dem Moment, in der Situation. Ich glaube, dass du etwas ganz unglaublich Schlimmes erleiden musst und dass du einen ganz, ganz schlimmen Schicksalsschlag hast ertragen müssen, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, wenn es überhaupt eine Chance gibt, weiterzuleben, in irgendeiner Form sich damit zu arrangieren mit diesem Schicksal, dann nur, indem man zumindest mit einer Person, noch besser mit mehreren darüber spricht und seinem Herzen Luft macht, das wird dir letztendlich die Schmerzen nicht wegnehmen, aber es lindert den Druck in dir. Es wird dich etwas befreien und etwas erleichtern. Ja, das kann gut sein. Ich bin ganz sicher, Sabrina, das höre ich immer wieder von Menschen, die die schwerste Trauer zu bewältigen haben. Und du hast das zu bewältigen, dass sie ein Gegenüber brauchen, mit dem sie das austauschen können, mit dem sie das einfach hinlegen können, mit dem sie einfach darüber sprechen können. Ja. Wie stellst du dir denn, du bist ja noch super jung, du bist 20 Jahre erst alt, wie stellst du dir denn so dein weiteres Leben vor? Ich kann mir das zur Zeit nicht richtig vorstellen. Ich fahre zur Arbeit, mache meinen Job, mache meinen Schichtdienst, mache meinen Nachtdienst, fahre wieder nach Hause, war da in den Alltagstrott rein, ging ins Bett. Was machst du vom Beruf? Als Erzieherin bin ich. Ja. Und in die Zukunft so schauen oder so, kann ich gar nicht richtig. Und ich sehe dann halt einfach nur meinen Job und den weiterziehen und durchziehen und Berufserfahrung sammeln und so weiter, was ich alles brauche. War es denn irgendwann auch schon mal so schlimm, die Beklemmung, der Schmerz, die Last in dir und auf dir, dass du dich dabei ertappt hast bei dem Gedanken, ich will auch nicht mehr, ich kann nicht mehr? Ganz am Anfang, ja. Das ist aber jetzt nicht mehr so? Nein. Weil ich halt, mein Beruf macht mir super Spaß und ich merke da so, dass ich da angenommen bin von den, das sind jetzt Jugendliche, wo ich mit zusammen arbeite, dass ich da angenommen bin und dass die, die merken zwar, dass da was mit mir nicht stimmt, aber die fragen nicht, weil sie selber alle schwere Schicksale haben. Sabrina, ich mache zwei Vorschläge. Der Vorschlag Nummer eins ist, auch wenn dein Papa sehr viel zu tun hat im Moment und sehr belastet ist, glaube ich, dass es gut ist, wenn du ihn darauf ansprichst, wenn du ihm von dir erzählst, so wie du es mir jetzt erzählt hast, in irgendeiner stillen Stunde, wenn ihr beide alleine seid. Ja. Und das zweite ist, und deshalb möchte ich dich auch gleich nochmal mit meiner Psychologin verbinden, wäre es, glaube ich, in deinem Fall auch sehr gut, wenn du noch einen Ansprechpartner hättest, einen Psychologen, oder wenn du eine Selbsthilfegruppe finden könntest, wo Menschen sich treffen, zusammenkommen, die Ähnliches erlitten haben, erleiden müssen, wie du es zur Zeit und seit anderthalb Jahren mitmachst. Und da können wir dir vielleicht behilflich sein und dir die eine oder andere Adresse geben. Ja. Denn, ich glaube, ich wiederhole das nochmal, das Allerwichtigste ist jetzt für dich und dein Leben, dass du dich öffnest und dass du redest und dass du weinst und dass du einem Menschen oder mehreren Menschen einfach dich aufblätterst und sagst, so sieht es in mir aus und so viel Trauer und so viel Tränen sind in mir. Ja. Wir machen das so wie gerade auch. Du legst bitte auf. Ja. Und die Petra ruft dich, sobald sie frei ist, ich weiß nicht, ob es sofort ist, aber in den nächsten Minuten ruft sie dich an und dann könnt ihr auch weiter miteinander reden. Ja, schön. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich am Telefon den Ewald. Und Ewald ist 65 Jahre alt. Guten Morgen. Genau. Hallo, Domian. Guten Morgen. Ich freue mich sehr. Das ist jetzt mein erster Anruf bei dir. Ja. Ich habe gleich das Glück gehabt, durchzukommen. Na, das ist eine tolle Sache. Das passiert nicht jedem. Ich muss aber zum Thema vorgeschlagen. Ich möchte mein Leben nicht nur ändern, sondern der Plan ist bereits ein Jahr alt und ich habe mich entsprechend vorbereitet. Ich möchte nach Mallorca auf Dauer ziehen. Mhm. Jetzt muss ich abwarten, wie viele Jahre wir noch bleiben. Ich bin ja jetzt schon 65. Naja, ist ja noch nicht so alt. Aber bist du noch fit und gesund? Ja, natürlich. Das bist du. Ich war 50 Jahre lang nicht krank. 50 Jahre überhaupt nicht krank? Nee. Kein Arzt, kein Krankenhaus und nichts? Gar nichts. Keine Grippe und gar nichts. Ja, da können viele von träumen. Gratulation. Aber wirklich. Das hoffe ich auch. Ja, und jetzt willst du einen richtigen Einschnitt in deinem Leben machen und unser schönes Deutschland hier verlassen und nach Mallorca gehen. Ja, ich möchte das total beenden und zwar aus folgendem Grunde. Mhm. Die Mentalität der Spanier gefällt mir wesentlich besser als die der hiesigen Bevölkerung. Nun gibt es ja auf Mallorca wahrscheinlich mittlerweile mehr Deutsche als Spanier, wie man so hört. Ja, da muss ich vielleicht mehr in die Randgebiete gehen. Wahrscheinlich, ja. Erzähl mir mal ein bisschen aus deinem Leben. Was hast du vorher beruflich oder, ja, was hast du beruflich gemacht? Ich vermute mal, dass du jetzt Rentner bist, ne? Ich war immer im Finanzierungs- und Immobilienbereich tätig. Mhm. Da verdient man eine Stange Geld, ne? Ja, glücklicherweise, sonst könnte ich mir das überhaupt auch nicht erlauben. Und ich muss nur eines sagen, ich habe vorbereitend ein Jahr lang ganz intensiv Spanisch gelernt und kann mich also so perfekt unterhalten. Das ist gut. Dass viele mich für einen Südamerikaner halten teilweise. Das ist wirklich sehr gut. Das finde ich wirklich toll, wenn man dann in ein Land geht und sich dann auch mit der Sprache verständigen kann. Hast du eine Familie, eine Frau, Kinder? Ich bin alleinstehend. Du bist alleinstehend. Ja. Ich bin von meiner Frau getrennt, praktisch. Ja. Seit einigen Jahren leitest du das Ganze schon ein. Hast Spanisch gelernt, warst wahrscheinlich auch öfters zu unten zu Besuch und hast dir so Landschaft und Städte angeguckt und Dörfer? Ja, ich habe mir schon einiges angesehen. Aber wichtig für mich ist Folgendes, und zwar die Mentalität der Spanier ist eine ganz andere. Die haben zum Beispiel die jungen Mädchen, die träumen noch sehnsuchtvoll von einer großen Liebe und eine Hochzeit in Weiß. Du meinst, das machen die jungen deutschen Mädchen nicht mehr? Ach, das ist schon ein bisschen abgeflacht. Ja. Bist du denn scharf auf noch so ein junges spanisches Mädchen? Eine Partnerin in diesem Bereich bringt vielleicht sehr viel Herzlichkeit in eine so kleine Zwei-Personen-Familie, nicht? Das war jetzt eine sehr verschachtelte Antwort auf meine Frage. Ich wiederhole die Frage nochmal. Würdest du denn gerne nochmal dich verlieben, vielleicht in eine junge Spanierin? Ja, natürlich. Jetzt lassen wir mal über die Fakten reden. Hast du hier in Deutschland ein Haus beispielsweise? Nein, ich nehme das nicht. Es ist nur ein entsprechendes Barvermögen, sodass ich das Ganze tragen kann. Wann soll es denn losgehen? Etwa im Mai, Juni. Ja, und planst du da unten eine Wohnung zu mieten oder etwas zu kaufen? Nee, ich würde mieten, weil das immer noch preiswerter ist, als etwas zu kaufen. Aber das ganze Leben ist natürlich da, vermute ich mal, ich habe keine Ahnung, ich denke mir das so teurer als hier. Ja, das mag sein, aber ich bin ein bescheidener Mensch und insofern mache ich mir da keine Sorgen. Und was für mich noch von Wichtigkeit ist, dass ich A in einem Urlaubsgebiet bin und ständig andere Menschen kennenlerne und so meinem Leben viel mehr Farbe gebe. Nun könnte man ja auch denken, es ist sehr schwer, aus der angestammten Heimat wegzugehen, weil man eben sehr viele Bekannte hat, sehr viele Freunde hat, sehr verwurzelt ist. Man muss woanders wieder ganz neu anfangen, man kennt erstmal keinen Menschen. Wie siehst du das für dich? Da sehe ich keine Probleme, weil ich selbst sehr kontaktfreudig bin, unterhaltsam und so weiter. Ich bin Zwilling, Zwilling ist ja sowieso sehr kontaktfreudig. Absolut, ja. Ja, und ich würde ja sagen, sobald ich in Mallorca meine Füße auf den Boden gestellt habe, würde ich mich nochmal bei dir melden und würde dir auch mal einen kleinen Brief schreiben. Na, das ist doch eine tolle Idee, zumal wir sowieso viele Zuschauer in Mallorca haben, schon eine Grüße nach Mallorca übrigens jetzt. Ja, vielleicht sollte ich eine Zweitstelle auf Mallorca machen. Weißt du denn schon ungefähr so die Gegend, wo du gerne hin möchtest? Ja, ich möchte mir in das Touristengebiet rein. Ist Touristengebiet? Ja, weil das läuft dann ab wie ein täglicher Film. Das ist Kino pur. Das ist Kino pur, wenn das richtig Remi Demi und da sind auch viele junge Mädchen, an denen du ja scheinbar offensichtlich doch interessiert bist. Also ich muss natürlich sagen, dass ich in meinem ganzen Leben vielleicht höchstens einen Eimer Alkohol getrunken habe. Also ich bin nicht der Typ, der nun jeden Abend sich volllaufen lassen muss. Ewald, wenn du gerade erzählt hast, du hast im Immobilienbereich, Finanzierungsbereich gearbeitet, habe ich gesagt, dann hast du eine Stange Geld verdient, dann macht man ja richtig Kohle. Bist du denn ein steinreicher Mann oder ein sehr reicher Mann? Also im siebenstelligen Bereich. Im siebenstelligen Bereich? Ja. Im siebenstelligen Bereich, das klingt schon gut. Das klingt verdammt gut sogar, siebenstellig. Ja, und sagen wir mal so, um fünf Millionen geht das immer so ein bisschen rauf und runter. Fünf Millionen? Ja. Du bist ein Millionär, hast ein Vermögen von um die fünf Millionen. Aber ich würde trotzdem nicht auf diese Sat.1 oder RTL-Geschichte gehen und sagen... Hätte ich auch nie von dir gedacht. Aber ist das, was mich wundert, wenn du so gut Kohle hast, wieso kaufst du dir da nicht irgendwas Nettes? Warum wohnst du da so nieder? Nein, weil ich das, wenn ich für eine Million eins kaufe, dann habe ich 60.000 bis 70.000 Mark Zinsausfall. Mhm. Und rentiert sich nicht. Du kannst hier schön sowas mieten. Was kostet denn eine ordentliche Mietwohnung in der Gegend, in die du gerne hin möchtest auf Mallorca? Also 1.000 Mark vielleicht. Das ist ja nicht viel. Nee. Das kostet es ja hier in Deutschland auch. Das wird dann 12.000 Mark im Jahr. Ja. In über 60.000, 70.000 Mark Zinsverlust. Ja, klar. Also auf jeden Fall komme ich darauf zurück, dass ich dir dann einen ausführlichen Bericht schreibe. Das ist sehr schön. Und dann werden wir dich nochmal anrufen, da unten. Und ja, die Telefonnummer bleibt die gleiche. Ja, und dann wirst du uns erzählen, wie es denn so läuft und was die spanischen jungen Mädchen machen. Vielleicht gibt es ja sogar nochmal eine Hochzeit mit Ewald und einer rassigen Mercedes oder so. Ja. Juanita oder wie sie alle heißen da unten. Ja. Und ich hätte vielleicht einen Vorschlag und zwar ein Thema nochmal zu bringen. Als Gegensatz zu dieser Sendung Millionär heiratet eine aus 50. Ich finde, das ist abgelaufen wie eine Schlackführauktion, nicht? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du die Sendung bist. Nee, da war ich im Urlaub. Ich habe es nicht gesehen, aber habe viel Übles darüber gehört. Ja, ja. Ja. Und es hat sich herausgestellt in der RTL-Sache, dass dieser Millionär die Bewusste schon kannte, nicht? Genau, das haben wir alle gelesen. Also ein öffentlicher Betrug, nicht? Jetzt hast du noch einen Gegenvorschlag für eine Sendung oder wie habe ich das gerade verstanden? Ja, so. Ja, ich würde mal zu dem Thema mal sagen, wie junge Damen dazu stehen. Ach so, ich verstehe. Ja, können wir gerne auch mal machen. Vielleicht morgen. Morgen haben wir eine offene Sendung. Wie steht ihr jungen deutschen Mädchen dazu, einen Millionär zu heiraten? Ja. Sagt ihr dann nein? Oder sagt ihr, warum nicht? Oder sagt ihr, geil, wollen wir? Ja. Also morgen möchte ich mit vielen jungen deutschen Mädchen sprechen zum Thema, möchte ich einen Millionär? Ne, Eber, so machen wir das. Also du schreibst mir bitte. Ja. Und dann werden wir in einem halben Jahr nochmal miteinander telefonieren. Auf jeden Fall. Und du erzählst uns vom sonnigen Mallorca. Und darauf kannst du dich verlassen. Das ist schön. Ich wünsche alles Gute und einen guten Umzug. Seit drei, vier Jahren sehe ich dich sehr oft. So, und du bleibst uns dann bitte in Mallorca auch treu. Natürlich. Natürlich. Ja. Eber, alles Gute. Alles Gute. Alles Gute für dich und für die Sendung. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich danke auch. Auf Wiederhören. 1.36 Uhr, 10 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. Auf die Sekunde. 1.37 Uhr ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Und dann heute Nacht haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt, ich möchte mein Leben ändern. Ich möchte gerne mein Leben ändern oder verändern. Wer von euch möchte gerne sein Leben verändern und warum? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, ruft mich ganz einfach an. Freie Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin, das ist die Katja. Katja ist 25 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Katja. Warum möchtest du dein Leben verändern? Ja, ich habe da jetzt so bis jetzt noch mit keinem drüber geredet. Und zwar bin ich seit drei Jahren verheiratet. Ich bin 25, das weißt du ja. Ja. Mein Mann ist 46. Wir sind seit drei Jahren verheiratet. Und er trinkt und schlägt mich. Seit zweieinhalb Jahren. Er schlägt dich regelmäßig? Ja. Das heißt, wie oft ist das in den letzten zweieinhalb Jahren vorgekommen? Fast jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag? Ja. Wenn er besoffen ist oder auch wenn er nicht besoffen ist? Doch, wenn er besoffen ist, ja. Wie schlägt er dich dann? Wie geht das ab? Ja, entweder, ich habe einen Halbtagsjob. Ich weiß ganz genau, wann ich nach Hause komme. Und zum Beispiel, wenn ich mal ein paar Minuten später bin, dann haut er halt ins Gesicht. Und er schubst mich dann halt so rum. Also du kriegst, kann man sagen, regelmäßig einen ins Gesicht. Ja. Er schlägt dich regelmäßig ins Gesicht. Ja. Wie reagierst du dann? Wehrst du dich? Gehst du zurück? Läufst du weg? Ich laufe dann meistens weg. War es so schlimm, dass du schon mal zu einem Arzt musstest? Oder hattest du Nasenbluten oder irgendetwas? Ja, Nasenbluten. Aber zum Arzt musste ich bis jetzt noch nicht. So, das geht seit zweieinhalb Jahren so. Ja. Und man kann sagen, und wir übertreiben nicht, das ist mehrfach in der Woche so. Ja. Eigentlich ist dieses Gespräch jetzt hiermit schon beendet, Katja. Hm. Ich will es nicht beenden, aber im Prinzip ist alles schon klar. Wir brauchen gar nicht mehr weiterzureden. Weg von dem Kerl. Ja. Weg von dem Kerl. Ich kann es nicht, weil ich ihn auch noch irgendwo liebe. Weil es gibt auch noch mal zwischendurch schöne Situationen. Zum Beispiel, wenn er mal nicht so viel getrunken hat, dass wir dann mal wegfahren oder mal essen gehen. Aber kannst du denn in diesen sogenannten schönen Situationen vergessen, dass dieser Mann dich drei, vier Mal in der Woche prügelt? Teilweise ja. Also am Anfang ging das wohl. Weil dann hat er halt immer erzählt, er ändert sich und dann ging das vielleicht auch mal am Anfang ein paar Tage gut. Und dann halt wieder, also das erste Halbjahr war, sag ich mal, schön. Na gut, das ist jetzt Vergangenheit, ne? Das erste Halbjahr. Hat er denn eigentlich irgendwann mal dazu geäußert, dass er sagt, es tut mir leid und ich versuche mich zu bessern? Ja, er war auch von zweimal auf in Zug, aber ohne Erfolg. Er ist immer wieder angefangen. Er war schon verheiratet, hat auch als erster Ehe zwei Kinder. Die Frau hat das Sorgerecht, das heißt, er darf die Kinder nicht mehr sehen. Und er hängt sehr an den Kindern. Und deswegen ist er damals angefangen zu trinken, weil er damit nicht fertig wird. Weißt du, Katja, was ich glaube? Ich glaube, dass das bei dem, das so funktioniert im Kopf, mit der Katja kann ich das machen. Die Katja nimmt das so hin. Die schimpft und die ist beleidigt, aber letztendlich habe ich die im Sack. Ja. Mit der kann ich das machen. Vor der habe ich letztendlich auch gar keinen Respekt. Das ist meine Frau, die macht mir meinen Haushalt und die macht alles ordentlich und an der kann ich meine Launen auslassen. Und da kann ich auch noch zehnmal draufschlagen, scheißegal, die schluckt es. Ich glaube, dass letztendlich das in dem so vorgeht. Und du bist schön blöd, entschuldige, wenn ich das so krass sage, schön blöd, wenn du das mitmachst. Und wenn du mir irgendwas erzählst von, es gibt auch noch schöne Momente. Nein. Wenn man von einem Menschen, von dem eigenen Ehemann so permanent geschlagen wird, sind eigentlich all die sogenannten schönen Momente dadurch automatisch zerstört. Da machst du dir auch was vor, Katja. Ja, nur ich habe halt auch so niemanden, mit dem ich darüber reden kann, weil ich halt nicht weg kann. Also er hält mich hier quasi wie im Gefängnis. Ich komme hier nicht weg. Er achtet, wie gesagt, auch immer auf die Uhr, weil ich habe einen Halbtagglock. Er weiß ganz genau, wann ich zu Hause zu sein habe. Sagen wir mal ganz schlicht und einfach, du bist eine Sklavin. Du bist seine Sklavin, die er dann auch noch schlägt. Ja. So, und du erzählst mir was davon, dass du diesen Mann liebst. Ist das Liebe? Ja, ich liebe ihn. Du liebst jemanden, der dich so schlecht behandelt? Ja, im Endeffekt ja. Aber ist das nicht mehr als... Weil ich dann halt immer, wenn er mich schlägt oder so, und dann kommt er halt danach immer wieder an, von wegen, es tut ihm leid und... Ja gut, das kann vielleicht ein, zwei, dreimal passieren. Aber es kann nicht zweieinhalb Jahre passieren, Katja. Erkläre mir bitte, warum du diesen Mann liebst, obwohl er dir so viel antut. Ich weiß es nicht. Dann denk darüber nach, verdammt nochmal. Du fühlst dich unwohl und du rufst an zu dem Thema, ich möchte mein Leben ändern. Da kommst du nicht weiter mit, ich weiß nicht. Du hast doch sogar, sagst du, du hast einen Job, du hast einen Beruf. Ja. Das heißt, du kannst auch wunderbar finanziell alleine über die Runden kommen. Er ist ja nur ein Halbdagsjob. Na gut, aber das heißt wunderbar, aber du könntest alleine über die Runden kommen. Ich könnte ja. Aber ich weiß ganz genau, er lässt mich nicht in Ruhe. Gut, das ist dann das nächste Problem, die nächste Stufe, was alles dann passiert, wenn du sagst, ich möchte mich von dir trennen. Aber im Moment unternimmst du ja auch gar nichts. Du lässt das ja alles über dich ergehen. Weil ich davor zu viel Angst habe. Aber was ist das für ein Leben? Du bist eine junge Frau... Ja, ich verstehe. Aber was ist das für eine Perspektive und für ein Leben? Du bist eine junge Frau von 25 Jahren. Soll das die nächsten 25 Jahre noch so weiter ablaufen? Willst du dein Leben so verschwenden und so vergeuden? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich hat man mit 25 doch noch ganz andere Vorstellungen. Und das sollte man auch mit 45 oder 65 noch haben, von einem ordentlichen und schönen Leben. Dein Leben ist nicht schön. Dein Leben ist rundherum beschissen. Ist so, wie du es mir gerade geschildert hast. Ist so. Also Katja, ich kann nur an dich appellieren, dass du was in die Wege leiten musst und solltest. Und wenn es noch so kompliziert und noch so schwer ist. Du musst etwas Selbstes in die Hand nehmen. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Und wenn er dich... Ich sage jetzt mal was ganz Provokantes. Wenn das jetzt alles weiter so läuft, dann bist verdammt nochmal du schuld an deiner eigenen Situation. Er schlägt dich und du bist schuld dran. Womit du mich nicht missverstehen sollst. Er ist natürlich der Schuldige letztendlich. Ich meine, schuld in dem Sinne, dass du nichts aus deinem Leben machst. Du bist ein eigenständiger Mensch. Du bist eine erwachsene Frau von 25 Jahren. Da lässt man sich nicht zweieinhalb Jahre schlagen. Ja. Nur weil das Problem ist, dadurch, dass ich nicht rauskam. Und wir halt auch keinen Freundeskreis haben. Also bei uns kommt keiner und wir gehen nirgendwo hin. Dann habe ich jetzt natürlich auch keinen, wo ich hingehen kann. Also wo ich mich dann halt auch aufhalten kann. Also ich glaube, dass du auch eine richtige gezielte Beratung brauchst, wie du jetzt aus der Situation herauskommst. Deshalb möchte ich auch dich nochmal gleich an meine Psychologin weiterleiten. Die dich auch versorgt, vielleicht mit der einen oder anderen Telefonnummer. Dass du zumindest telefonisch mal einen Ansprechpartner hast oder eine Ansprechpartnerin, die dir so ein bisschen hilft, jetzt aus der verfahrenden Situation rauszukommen. Okay? Ja. Du legst auf und Petra, so heißt mir eine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Ja. Und tu bitte was. Tu bitte was. Ja. Wenn ich den Mut dazu finde. Ja. Alles Gute und ich wünsche dir, dass du den Mut findest. Ja. Danke, Damian. Katja, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Julia ist dran. Ja. 17 Jahre alt. Ja. Hallo, Julia. Hallo. Na, du hast dich bei mir auch gemeldet zu dem Thema. Ja. Ich will mein Leben ändern. Was ist denn bei dir los und warum willst du es ändern? Also ich will mein Leben, also ich, beziehungsweise wir, also meine Freundin und ich, wir wollen unser Leben grundsätzlich alles an unserem Leben ändern. Ist deine Freundin zufällig Isabel? Ja. Die 16 Jahre alt ist? Ja. Steht nämlich hier auf meinem schlauen Computer. Die ist auch bei dir, ne, in der Wohnung, jetzt neben dir. Ja. Was wollt ihr denn ändern, ihr beiden? Ei, wie schon gesagt, einfach alles. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein Leben überhaupt zu leben ist, weil an unserem Leben ist eigentlich alles langweilig. Weil, ich weiß nicht, wir sind zwei jugendliche Mädchen und wir können hier absolut nichts machen, was uns Spaß macht. Wo lebt ihr denn? Ei, in so einem voll kleinen Dorf, das heißt Quackborn. Kenn ich nicht. Das hört sich so nach Norddeutschland an. Nee. Nee? Oder doch, ich weiß es gar nicht. In Frankfurt. Entschuldigung, das ist nicht Norddeutschland, also in der Nähe von Frankfurt. Aha. Wie weit ist denn Frankfurt entfernt? 80 Kilometer. Ja, das ist schon ein Stück, ja. Also euch ist das Leben in, wie heißt das, Quackborn? Quackborn. Quackborn. Ja, also ich wohne in Quackborn und meine Freundin wohnt in Grünberg. Das ist fünf Kilometer voneinander entfernt. Wie viele Menschen leben denn in Quackborn? Wie groß ist das? Also ich sehe, das sind nicht mal 500. Also wirklich, das ist ein Dorf dann. Ja, und das Schlimme ist, da sind auch nur so alte Bauern. Weil die alten Menschen sind fast keine Jugendliche. Ja, nichts gegen alte Bauern, aber wenn man nur, wenn man ganz jung ist, dann will man auch was anderes haben. Euch ist es zu langweilig in der Umgebung? Ja, aber total. Was macht ihr denn? Seid ihr noch Schülerin? Ja. Ja? Sie gehen beide in die elfte Klasse. Ja. Und wie sieht so euer trister Alltag so aus? Ah ja, wir gehen in die Schule, wenn es noch dunkel ist und wir kommen von der Schule, wenn es schon dunkel ist. Ihr Armen, jetzt im Winter, ne? Ja, weil das ist immer voll und danach, ah ja toll, danach mitten in der Woche machen wir halt Hausaufgaben, lernen für die Schule oder gehen ins Fitnessstudio oder so. So was habt ihr da im Dorf? Ja, also was heißt im Dorf in Grünberg. In Grünberg. Das, was 505 Kilometer entfernt ist. Grünberg ist ein bisschen größer. Ja, ein bisschen. Ja, da kommt die Isabel her. Ja. Gib mir doch mal eben die Isabel, wenn sie schon neben dir sitzt. Ja, einen Moment. Ja. Ja. Isabel, ich grüße dich herzlich. Du bist also die Grünbergerin. Ja, genau. Und dir fällt auch die Decke in Grünberg auf den Kopf. Ja. Kann man so sagen. Das ist ganz schön, weil das ist wirklich, wir haben hier zwei Kneipen ungefähr zum Weggehen und naja gut, da gehst du ein Wochenende hin und dann die Woche danach hast du auch keine Lust, da schon wieder hinzugehen. Aber gibt es denn nicht so den einen oder anderen knackigen Jungen in Grünberg, in dem man sich vielleicht verlieben könnte? Ist ja auch ein netter Zeitvertrag. Ja, das stimmt, aber wenn man halt keinen findet, sowas geht ja nicht auf Knopfdruck. Das stimmt allerdings. Also ihr seid in der 11. Klasse im Gymnasium, oder? Ja. Ja. Das heißt, es liegen noch zwei Jahre vor euch, bis zum Abi. Ja. Ich vermute mal, dass ihr die beiden Jahre noch Durststrecke habt und das durchhalten müsst. Ja, das denke ich auch, weil so Schulen wechseln ist dann auch nicht so gut. Ich möchte mein Leben ändern, heißt die Sendung. Wie stellst du dir denn das vor? Was möchtest du denn gerne haben oder wie würdest du gerne leben? Na ja, ich würde gerne in einer größeren Stadt leben, wo ich abends auch mal irgendwo hingehen kann und nicht gleich jeden kenne, der mir begegnet und das halt einfach alles ein bisschen lustiger ist und so. Ich glaube, du sprichst ganz vielen Jugendlichen jetzt aus der Seele, die so in der Provinz leben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich komme ja selbst aus der Provinz und habe mir das früher auch immer gewünscht. Ach so. Und habe gedacht, Mann, dann kommst du ja endlich hier raus. Mein Grünberg hieß Gummersbach. Ist ein bisschen größer als Grünberg, glaube ich, aber dennoch hatte ich auch solche Gefühle früher. So, also, man kann nichts machen. Ihr müsst zwei Jahre jetzt noch in den sauren Apfel beißen. Ja, das stimmt. Dann habt ihr Abi und dann könnt ihr ja sowieso hingehen, wo ihr wollt. Hoffe ich zumindest. Ja, das denke ich mir auch. Was sind denn deine Berufswünsche oder deine Studienwünsche vielleicht? Oh, also ich weiß nicht, habe ich noch nicht so einen Plan. Krankenschwester vielleicht oder so. Ja, aber dann müsst ihr natürlich irgendwas organisieren, dass ihr dann in einer anderen Stadt vielleicht die Ausbildung macht oder ein Studium beginnt. Und dann seid ihr raus aus Grünberg und aus dem anderen Dorf. Ja, das stimmt. Also ihr müsst jetzt schon mal anfangen, Pläne zu machen, finde ich. In der Elf kann man das machen. Ja, das machen wir auch eigentlich die ganze Zeit schon, aber es ist dann trotzdem immer deprimiert. Also die zwei Jahre gehen noch rum, ist leicht gesagt, weiß ich von außen. Aber wenn man so eine Perspektive vor Augen hat, zu sagen, in zwei Jahren gehe ich nach Frankfurt, nach Berlin, nach München, nach Hamburg, nach Köln, dann fällt es ein bisschen leichter. Dir wünsche ich alles Gute und du gibst mir nochmal die Julia, bitte, Isabel. Ja, danke schön. Ja, ciao. Hallo. So, Julia, jetzt bin ich aber gespannt, was du machen willst nach dem Abitur. Ja, also ich habe daran gedacht, Jura zu studieren. Wo? Also ja, wo, das ist die Frage, wo wir zu der Zeit hoffentlich wohnen werden. Wer ist wir? Ich und meine Freundin. Wir wollen ja nach dem Abitur zusammen in eine Wohnung ziehen, in irgendeine Großstadt. Was wäre denn deine Traum-Großstadt? Naja, ich weiß nicht, so viele habe ich ja auch noch nicht gesehen. Also Leipzig hat mir bis jetzt am besten gefallen. Ja, das ist doch gut. Ich glaube, das war nur, weil wir dort am meisten waren. Ja, na immerhin, aber Leipzig ist doch ein Entweg von eurem jetzigen Ort, Wohnort und dann kann man da schon ein gutes neues Leben aufbauen. Ja. Jura in Leipzig, das klingt doch gut, Julia. Ja. Ne, zwei Jahre jetzt noch aushalten. Mhm. Schön fleißig lernen, damit du einen guten NC hast. Ja, danke. Und dann kannst du und könnt ihr euch das aussuchen, wohin ihr geht. Ja. Und dann wird das Leben radikal verändert. Ja, auf jeden Fall. Also, ich sage schöne Grüße nach Hessen. Ja, danke. In die Nähe von Frankfurt. Und toll, toll, toll. Und das wird schon werden. Was meint ihr, wie ihr die Puppen tanzen lassen werdet in Leipzig, wenn ihr in zwei Jahren da seid? Ja, das wird bestimmt cool. Das glaube ich auch. Alles gut, ihr beiden. Ciao. Okay, ciao. Tschüss. Jetzt habe ich... Oh, yo, 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 yo. Jetzt habe ich hier einen Zungenbrecher hier. Ich glaube, es ist ein Mann. Jorginho. Jor... Wie? Jorginho. Jorginho. Genau. Ist das Spanisch? Nein, Brazilianisch. Brasilianisch? Ja. Das ist jetzt schon. Bist du Brasilianer? Ja. Und lebst in Deutschland? Halb. Halb. Und woher kommst du aus Brasilien? São Paulo. São Paulo? Ja. Ja, ich frage so nach, weil ich einmal mal ganz lange in Brasilien war und mich gerne und sehr interessiere für das Land. Aber das hat jetzt... Wo warst du da? Ich bin ab Rio in den Norden gefahren. Ah ja. Bis Fortalesa hoch. Mhm, mhm, Fortalesa. Und dann kreuz und quäliges Land. Ja, ja. Du willst dein Leben auch ändern? Ja, eigentlich schon. Ich lege wieder nach Hause. In meiner Heimat. Ja. Nur meine Freundin macht damit wahrscheinlich nicht mit. Warum lebst du in Deutschland? Studierst du hier oder was machst du? Ich bin halb hier und halb in Brasilien halt. Und momentan habe ich eine eigene Firma hier in Deutschland. Was ist das für eine Firma? Im Werbebereich. Im Werbebereich. Aber ich habe eigentlich Pilot gelernt. Oder ich bin eigentlich Pilot. Und habe halt in Brasilien ein ganz interessantes Angebot gekriegt. Und du hast eine deutsche Freundin? Ja, genau. Leider. Nee, leider nicht. Leider, leider. Wegen des Problems. Weil die deutsche Freundin lieber in Deutschland bleiben möchte. Und nicht mehr in Sao Paulo möchte. Das ist natürlich wirklich ein dickes Problem. Wie lange seid ihr zusammen schon? Vier Jahre. Vier Jahre. Wohnt auch zusammen? Nein, nein. Aber sie hat gesagt, sie kann in Sao Paulo nicht leben. War sie denn... Ich kann sie verstehen. War sie denn zu Besuch? Einige Male schon. Ja, wir waren schon oft zusammen. Und ich kann sie verstehen. Ist das denn jetzt so ernst, dass du ganz klar eigentlich dich entschieden hast, ich gehe zurück nach Brasilien? Ja, eigentlich schon. Weil das Angebot ist ja interessant. Das ist meine Heimat. Das ist mein Land. Irgendwie schon. Ist klar. Und ab wann gilt dieses Angebot? Wann müsstest du das antreten? Mitte des Jahres. Mitte des Jahres. Ja. Und sie sagt ganz klar, nein, ich komme nicht mit. Ja, weil sie sagt, in Sao Paulo kann ich nicht leben. Warum kann sie denn nicht leben? Die Stadt ist sehr chaotisch, wie du weißt. Ein bestialischer Verkehr. Sao Paulo hat 25 Millionen Einwohner. Es ist keine Stadt. Es ist ein Moloch. Viele sagen, es ist vielleicht doch die größte Stadt der Welt. Also du kannst... Also du kannst... Also du kannst... Also du kannst die verstehen letztendlich, wenn sie sagt, nein, ich möchte es nicht. Jetzt fielst du vor dem Problem Heimat und Karriere auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite. Ja. Das ist aber ein Problem. Ja, eigentlich schon. Wohin tendierst du denn im Moment? Nach Hause. Mhm. Weil in Berlin ist ein ganz anderes Leben wie in Deutschland. Mhm. Es ist... Ich weiß nicht... Das Wetter ist auch ganz anders. Es ist... Halt mal nach Hause gelangt und... Mhm. Es ist schwer. Mhm. Weiß sie das, dass du eigentlich... Äh... Dich... Eigentlich schon entschieden hast? Ist ihr das so klar? Ja, fast. Aber sie will es auch nicht wahrhaben. Mhm. Sie sagt eher, mach, bleib doch in Deutschland. Und was willst du in Brasilien? Und all den Sao Paulo und... Ist es vielleicht auch so, dass die Liebe zu deiner Freundin auch etwas schon erloschen ist? Nein, eigentlich nicht. Aber du weißt, man muss heutzutage abwägen, weil Angebote kommen ja nicht jeden Tag. Ja, natürlich. Aber letztendlich würde für mich eigentlich immer die Liebe... Nicht eigentlich. Für mich würde die Liebe schwergewichtiger sein. Ich würde mich immer dafür entscheiden. Gut, aber ich habe die Osser zwischen meiner Heimat, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Es ist mein Zuhause. Deutschland war nie mein Zuhause. Mhm. Und das weiß sie auch. Mhm. Sie hat es von Anfang an gewusst, dass ich eines Tages mal wieder nach Hause gehen möchte. Mhm. Und man... Damit muss sie sich zwangsweise abfinden, sondern sie kommt mit oder sie bleibt hier. Mhm. Gut, jetzt steht natürlich dein Wille gegen ihren Wille. So könnte sie ja auch argumentieren, das ist nicht meine Heimat. Ich fühle mich nicht in Brasilien wohl. Ich möchte in meinem Land in Deutschland sein. Ich verstehe Sie ja voll und gar nicht. So, dann sind da zwei Pole nebeneinander, zwei Egoisten nebeneinander. Und welcher Egoist setze ich durch? Das klingt sehr knallhart. Das klingt nicht romantisch. Das klingt nicht nach romantischer Liebe, was du sagst. Bitte? Es ist aber leider so, weil... Ich stehe zwischen dem Angebot und mein Gut. Ja, ich will dir da nicht reinreden. Also ich hab dir... Wenn das so entschieden ist für dich, dann ist es halt so. Und ist für mich ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber naja. Ja gut, nachvollziehbar ist es zu einerseits, sag ich... Für mich ist es auch schade, dass ich die Beziehung dann aufgeben muss, klar. Ist Heimat nicht immer da, wo man liebt? Das Problem ist, weißt du, ich komm mit der deutschen Mentalität nicht klar. Und das weiß sie, das weiß sie ganz genau. Wenn ich da bin, bin ich ganz anders. Und ich meine, Brasilien ist ein wunderschönes Land. Und wir könnten in einer anderen Stadt auch... In einer anderen Stadt würde sie vielleicht überleben wollen mit mir. Aber halt die Arbeit ist in Sao Paulo. Und ich weiß nicht, dann die Hin- und Herfahrer, dann sehe ich sie ja auch kaum. Na gut, mein lieber Brasilianer, dann gehe nach Brasilien. Vielleicht kannst du es ja noch viel zu überreden. Ja, vielleicht lockst du sie wirklich mit einer anderen Stadt, dass sie irgendwie da unten einen Kompromiss findet. Wie auch immer das vielleicht zu arrangieren sei. Ich meine, das ist ja schon mal ein Angebot von ihr, wenn sie sagt, ich komme mit, ich will aber nicht in diese Stadt gehen. Das wäre doch vielleicht ein Ansatzpunkt. Wie auch immer, ich wünsche euch alles Gute und viel Glück. Und wie auch immer sich das jetzt alles entwickelt. Übrigens kann ich dich auch in Brasilien sehen. In Brasilien? Ja, über Internet. Über Satellit. Über Satellit geht es in Brasilien? Ja. Das ist ja spektakulär, das wusste ich aber auch noch nicht. Ja, grüßen wir mal alle Zuschauer in Brasilien. Ich meine, wenn du eine Schlüssel hast, wo du viele Kanäle der Welt empfangen kannst, dann geht das auch. Ja, ich dachte, es ging immer nur auf den Großraum Europa. Nee, nee, nee. Das geht bis nach Brasilien. In Deutschland kannst du ja auch mit einer Satellitenschüssel asiatische Programme empfangen. Also dann ist natürlich klar, welches Fernsehen du ab Mitte dieses Jahres immer guckst in Sao Paulo. Nämlich westdeutsches Fernsehen. Gleich. Und außerdem ist es zeitlich günstiger. Das ist natürlich dann nicht um 1 Uhr nachts. Nämlich, wie spät ist es jetzt in Sao Paulo? 9 Uhr oder 10 Uhr abends. Ja, ist doch wunderbar. Unsere Traumsendezeit ist das ja. Eben. Jetzt ist diese Sendung zu Ende. Ich wünsche alles Gute. Ja, dir auch. Eine gute Nacht. Wie sagt man nochmal auf Brasilianisch auf Wiedersehen? Ciao, ciao. Ja, kann man sagen. Und wie sagst du es? Ja, ich sag das so. Auch ciao, ciao. Und buon note. Buon note. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Ich möchte mein Leben ändern. In der Technik war Anne Buchholz. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und offene Telefon-Talkshow heißt, dass ihr mich anrufen könnt mit und zu welchem Thema auch immer. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Unsere Leitungen sind geschaltet. Und wir sind dann um 1 Uhr hier in WDR Fernsehen und bei Radio 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020